Vor allem, er geht auf, kann aimen, gibt dir einen Schuss, aber meinst du, er kriegt einmal einen Schuss in Return von den ganzen Wichsern, die da abaimen? Nö. Du spottest ihn, aber er kriegt keinen Schuss. Aber er kann in Ruhe da stehen und aimen. Klar kann er das. Du, waste dich nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Komm. Lohnt sich nicht. Bringt's nicht. Drei Scouts und dann trifft dir eh wieder keiner. Wir haben einen Stritzwagen, der wahrscheinlich wieder zu dumm ist. Ja, verschossen, meine Schüsse. Oh, die Schüsse sind das viele. Ja du, schön, das ist mein Schritt. Erstmal diese ganzen Jogos rausholen, ich hab die Schnauze voll. Bei dem 90er müssen wir ja ein bisschen aufmachen. Ja, stell dich hinter mir davon. Hier ist das ganze Gegner-Team. Jep. Da hast du doch ein dankbares Ziel. Ja, aber leider gewandt. Zweiter Schuss. Präzis 1 Ich kenne es nicht, Mann. Oh, G-fuck mich so ab, Mann. Ich hab zu oft gebounced jetzt. Bin off. Oh, es gibt ja zwei Artis dabei. Oh, warte jetzt muss ich mal unseren Artis protecten. Hier kommt nämlich der Gegner, Jochen, kommt durch. Das wollen wir ihm natürlich nicht. Gott, mal hier. Oh, der kommt halt echt voll weit. Kriegst du den? Also zwei, warte, okay, warte ich. Ja, dann brauche ich jetzt. Oh Gott, ich bin unterwegs, aber gib mir Zeit. Der flippt sich ja fast. Hat verschossen seine eine Heile? Ich habe ihn auch nicht gehettet. Also ein ganz schönes Grudeln. Jetzt bin ich hier, ich bin jetzt da. Ja, alles gut. Ja, Achtung, er kommt drüber. Die bleibt noch. Folge ihm. Jetzt kriege ich eine Batchett AP aus deren Base, Mann. Wie geschluckt. Der andere kommt auch. Vorsicht, der andere. Ja. Da steht eine Batchett AP. Oh Gott, da ist auch noch ein Ding und ein AC. Von ran, glaube ich. Reddich, Baby. Jetzt kommt die Batchett, Achtung. Ich lade gerade. Getrackt, die Batchett. Ich lade gerade. Die ist trackt. Er hat wieder. Oh, das waren zwei HE-Pens. Uiuiui. Sag doch, der Panzer macht verdammt schnell. Nochmal getrackt. Ja, warte, ich habe Bildert noch. Der Panzer macht extrem schnell Schaden mit HE. Da drüben ist immer noch der Neuner. Ja. Hier, even. Warte, bleibt wieder. Ja, bin in den Tränen. Gebounced. Gebounced. AC wieder. Hm, ich habe Relog. Ey, hör auf, mir Räder abzuschießen. Ah, 263 hinter dir. Ja. Scorpion auch auf dich. Hat auch gerade geschossen. Ey, komm. Du bist langsam ekelhaft, ey. Ja, wir müssen weg, weg, weg von der Seite jetzt. Äh, wir müssen den... An den O-Ho rumknabbern? Ja, oder den O-Ho, komm. Let's go. Hinter den O-Ho. Hat auch gerade geschossen. Alter, mal. Dieses Mal spiele ich wirklich gut und es ist trotzdem... Ich muss jetzt sterben. Wollt. Wollen wir irgendwie die Artis holen? Ja. Sogar jetzt noch gewinnbar. Guck mal, die eine Art, die geht gerade down. Oh, oh, even. Erstmal den even. EBR? Was, haben wir denn? Ja, ich wende, ich wende, ich fahre auf den EBR. Okay. Okay, du hatten mir einen Reifen abgeschossen. Artis sind schon down, okay. Okay. Nehme mir den Boketto in einer Sekunde. Warte, ich muss meinen Rad... Hat mir auch einen Reifen, ich muss fahren. Ach, ich krieg noch einen even up in den Arsch. Ja, ist der 06. Ist der der One-Shot. Ja, ich bin erst mal am fahren. Ich habe keinen Heat drin. Ist mein Problem jetzt. Er hat gerade um auf Heat. Äh, das E hat auf uns geschossen hier. Mhm, hab's gesehen. Wir dürfen gar nicht so weit vom Kreis wieder weg. Ne, aber ich fahre jetzt hier hoch. Bleib ruhig in der Mitte, ich fahre hoch, dass die sich auf dich drehen. Ach, die haben immer noch den 2. Oh Gott. Noch ein ganzes Stück. Da oben ist der Skorpion. Ist weit weg, aber ich komme bald ran, ich komme bald ran. Ich will erst mal noch 2. Dann sind wir aber auch schon im Munitionsknappland, Alter. Safe. Wenn man den rauskriegt, muss ich sagen. Ne, hab leider gefehlt. Ich war hier oben rein. Ich habe halt nicht mehr die HP für Spots, ne? Ich weiß nicht, ich mache. Ich habe Angst vor dem Even. Hm, dann kann ich jetzt erst mal nicht pennen, da den 263. Da muss ich erst drehen, da hat geschossen. Ge-Trackt. Da ist oben der Skorpion. Ja, ich habe Reload, den kann ich dann machen, den Skorpion gleich. Fünf Sekunden mache ich Skorpion. Ja, geht safe, aber ist safe. 7 steht in der Mitte drin, da hat mir gerade wieder ein Rad abgeschossen. Wir müssen den 257 zum Schluss machen, ne? Ja, ich weiß. Das ist nicht mein Problem, der Even ist mein Problem. Wo in der Mitte, Pigma? Gucken wir an den Büschen. Ja, okay. Versuche jetzt den Skorpion zu holen. Skorpion und danach den 263. Dann hat sich gedreht. Ja, dreht sich auf dich jetzt. Ich habe Reload, dann kann ich ihn farmen. Drei Sekunden, dann farm ich ihn. Okay. Ich habe wieder Reload. Bin gespottet. Dreht auf mich. Guckt jetzt in meine Richtung. Mach safe. Nicht durch. Der guckt jetzt, guckt jetzt zu mir. Okay, er dreht wieder auf dich, glaube ich. Rezatiree. Sie blöd ist im Geschenk. Relenkaner, was für mich hat kein Safetyiqué gegeben. Even jetzt hier hinten. Mal wieder. Wir müssen jetzt den Even machen. Zusammen. Er wollte auf mich. Hard. Hard. Und jetzt. Oh Gott ey. Ich habe nur noch APCRs. Oh, das war's nicht. نmal weg. Nass mal weg. Nass mal weg. Nicht hochfahren. Nicht hochfahren. Mach ich. erst mal erst mal gas geben und weg fahren ich habe nur noch sechs mal apcr acht mal apcr dann muss ich ihn in den arsch schon schießen ob ich ihn sehr erinnert genau dann krieg ich so nicht gepennt hast du noch hielt gehabt oder was getrackt er hat mich gespottet btw mann wie soll ich denn jetzt mit sechs mal apc wir müssen näher ran glaube ich hast du da kommen wir müssen ich hab dann 5 und 3 ap 3 apcr an den arsch ran sonst geht das nicht man kann uns beide killen wir kriegen wir nicht auf distanz mit apcr kaputt ist so müssen ran da konnte ich noch einen loggen jetzt habe ich nur noch einer wo guckt er hin auf mich auf mich auf mich komplett auf mich so warte mal ich krieg ihn gepennt fuck you mann scheiß game mann muss es so hart carried sein scheiß turm wegfliegt bis nach himmelsdorf mehr ging nicht mann mir wirklich hat keine munition ich hab noch fünf ich hab noch eins und fünf gg gut gemacht von uns beiden noch wort der damage jo kinderwerfer moin grüß dich natürlich alle anderen die dazu gekommen sind auch herzlich willkommen gib dir mal die auswertung wieder ich hatte das problem dass ich konnte das 263 nicht mit der munition die ich geladen habe geht nicht der musste entweder hinten rein in den arsch oder in den turm ich hab hinten in den turm ins amorel wir mussten vier nuller kompensieren ja und die anderen waren auch sehr nah an der null fuck mann alter sind wieder 10.000 damage fast nicht ganz okay sind 9000 aber trotzdem so 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 Vielen Dank.